schaltung arbeitet nicht batterie ist anscheinend leer keine ahnung jetzt geben wir mal kurz zack dass da blinken würde es das geht sonst nicht ich hab jetzt mal ein bisschen zusammen gelötet den kann ich jetzt noch raus machen den draht wenn ich jetzt ausmacht batterie wieder rein sehen ob es gleich wieder geht jetzt geht's mir noch